Ich beginne mit einem neuen Trainer in der neuen Saison. Was sind deine erste Erinnerungen über die Teamorganisation und die Team? Wie war dein Sommer? Danke, das Team war gut. Wir haben es schon über eine Woche gemacht. Wir haben es nicht begonnen bis August 4. Ich mag das, was ich sehe. Es gibt ein paar gute Leute, die zusammenarbeiten sehr gut. Sie haben letztes Jahr einen guten Jahr gewonnen. Es war gut. Mein Sommer war gut. Es war nur mit meiner Familie nach Hause, in der Stadt von Wisconsin. Ich habe meine zwei Kinder geholfen und mit meinen Eltern geholfen. Wie ist es für dich als Trainer, um eine neue Liga zu adaptieren? Es dauert viel Arbeit. Es dauert viel Cooperation. Ich denke, dass ich 75% von mir lerne, um die Kultur zu verstehen. Die Kultur und wie die Leute leben, besonders in der Stadt von Linz. Und dann die anderen 25% sind, dass die Spieler ein bisschen zu kennenlernen. Und sie haben ihre Veränderungen gemacht. Wir müssen alle zusammenarbeiten, aber sie haben es eine einfache Transition gemacht. Die Preseason hat bereits angefangen. Die zwei Spiele sind in der Bibliothek. Was hast du in diesen zwei Spiele gesehen? Was sind die Punkte, bei denen du sagst, wir müssen das verbessern? Ich denke, wir haben nur die Spiele geholfen und die Systeme, die wir in den letzten paar Tage hatten. Wir haben nur die ersten Spiele geholfen. Wir haben nur die Spiele geholfen. Wir haben nur die Spiele geholfen. Wir haben auch die Spiele geholfen gemacht. Die Spiele waren die besten Spiele. Wir haben auch viele Spiele geholfen, die noch nicht so gut waren. Aber letzte Nacht war eine bessere Spiele, als auf der Freude. Wir haben einige Schritte gemacht. Wir halten es ziemlich einfach. Wir versuchen unsere Tage zu gewinnen. Und tun das, was wir können. Aber jetzt geht es weiter. Es kommt ein bisschen zusammen als ein Grupp. Weil meine Sprache und andere Dinge sind anders, als sie waren ein Jahr ago. So, das dauert ein Zeitpunkt. Deine Gehäuser für die Saison? Juste zu sein, das wir können. Es ist einfach so einfach. Wir müssen sein, das wir können. Es ist mein Job, zu verstehen, wie gut sie können können. Und ich denke, es ist wichtig für sie, wie gut sie mit einem gemeinsamen Grupp zusammen sein können. Ich muss sie unterstützen. Und sie müssen herausfinden, was sie ist. Und dann werden wir sie zusammen mit ihnen zusammenkommen. Coach, final Frage. Du bist nur in Austria und Linz für ein paar Wochen. Aber ist es schon eine deutsche Sprache, die du sagst und schon benutzt hast? Sie fragten mich, unsere Team durch zwei Spiele zu beschreiben. Ich sagte, Ruhig, wir sind sehr ruhig. Wir sind sehr ruhig. Wir sind sehr ruhig. Wir sind sehr ruhig und sehr poised. Und ich habe das Wort gefühlt. Und ich habe natürlich gefühlt die Team spielen, weil ich dachte, sie waren Ruhig. Vielen Dank, Coach. Vielen Dank. Vielen Dank.